Haben Sie gewusst, gegen Erkältungen helfen Antibiotika normalerweise nicht? Das tun sie nur gegen Krankheiten, bei denen Bakterien im Spiel sind. Also immer auf den Arzt oder die Ärztin hören, wenn es um Antibiotika geht. So können wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass Antibiotika auch in Zukunft wirken. Nutze sie richtig. Es ist wichtig.